Guten Tag, meine Damen und Herren und herzlich willkommen vor dem Theaterwagen des TFN-Theaters für Niedersachsen. Mein Name ist Jörg Gade, ich bin der Direktor dieses Theaters. Wir haben uns heute Großes vorgenommen. Wir wollen Ihnen den Zauber, die Genialität, die Größe William Shakespeares und sein gesamtes Werk in einem einzigen Theaterarm bieten. In den nächsten 75 Minuten erleben Sie 38 Theaterstücke mit 1834 Rollen und 154 Sonette, leicht gekürzt. Am Ende der Vorstellung allerdings werden wir mit dem Hut herumgehen und ich darf mich schon jetzt ganz herzlich für Ihre großzügigen Spenden bedanken. Doch nun möchte ich Ihnen die Schauspieler des heutigen Abends vorstellen. Es sind Dieter Walburg, Dennis Habermann und Thomas Koff. Als erstes wird Ihnen Dennis Habermann einen kurzen Einblick in das Leben, welchem Shakespeares bieten. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. 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 Shakespeare ist sämtliche Werke leicht gekürzt, bedeutet, dass drei Schauspieler fast sämtliche Frauen- und Männerrollen Shakespeares spielen. Um einer Überforderung vorzubeugen, hat man sich schnell für kluge Zusammenfassungen entschieden. Leichte Veränderungen, Improvisationen und Unstimmungen. Unstimmigkeiten sind nicht ausgeschlossen. Shakespeare ist sämtliche Werke leicht gekürzt, ist ein urkomisches, rasantes Spektakel der Superlative, das keinen Aspekt des britischen Genies unberührt lässt. Ein geistvolles Entertainment mit einem Schuss Welttheater. So hat sich Shakespeare die Unterhaltung des Publikums vorgestellt. Unverschämt und absolut verdreht. Liegt nichts daran zu schulden, für ihren Sitz am andachtvollen Gruß. Hallo, ich bin Dennis. Ich bin Schauspieler. I'm Dennis. I'm an actor. Songso, hi Dennis. Senior, actor. Ich bin ein actor. Ja, ich bin Moritz. Ich auch. Schauspieler. Ja, und ich bin Dieter. Ich bin auch Schauspieler. Der Alte in der Truppe. Ja, wir gehören zum TFN und wir spielen jetzt hier in Herzberg heute sämtliche Werke von Shakespeare. Und in dieser Truppe hier halte ich den Rekord, weil ich am öftesten sterbe. Dafür spiele ich mehr Frauen. Ja. Alle Frauen. Ja, ganz besonders SS toll. Als Frau. Ja. Ansonsten freuen wir uns sehr, hier in Herzberg zu sein. Nomen ist oben. Und Herzberg ist uns eine Herzensangelegenheit. Und da wächst uns quasi ein Herzberg zu sein. Wir wissen auch, als Herzberg sind sie angeweist. Ja. Und ja, wir freuen uns. Ja, und hoffen, dass der Wettergott mitspielt. Ja, stimmt. Noch was? Internationales? Ähm, fällt dir was ein? Nein. Auf kantonesisch. Ja. Fangt hau. Sing ab, heil. Am Donnerstag konnten die Herzberger nicht nur ein wunderbares Theaterstück auf ihrem Marktplatz erleben, sondern bei dieser Gelegenheit auch einen Blick hinter die Kulissen werfen und alle sonst verborgenen Aktiven eines Ensembles bei ihrem Wirken beobachten. Ich bin Julia Luge und ich bin hier heute in Herzberg auf dem Marktplatz mit dem Theater für Niedersachsen. Und wir führen heute, 19 Uhr, sämtliche Werke von Shakespeare leicht gekürzt auf. Und ja, ich bin dabei und mache vorher Werbung in den Fußgängerzonen. Und wir fahren zweimal jede Woche von Hildesheim aus in die verschiedenen Orte unserer kleinen Tournee in Niedersachsen. Und ja, weitere Infos zu anderen Veranstaltungsorten oder noch andere Infos zum Stück finden Sie in der Beschreibung. Guten Tag, Theater für Niedersachsen aus Hildesheim. Mein Name ist Ute Demel. Ich bin zuständig für die Kostüme im Wesentlichen für die Darsteller, dass sie in den einzelnen Orten, an denen wir spielen, akkurat, sauber und gelüftet wieder getragen werden können. Dazu kommen Kostüme, die auch unsere Trommler und Stelzenläufer tragen, um eine Stunde vor Vorstellungsbeginn die Menschenmenge an unser Spielort zu locken. Ja, und dann, wenn wir dann aufgehört haben zu spielen, dann fahren wir ganz schnell nach Hause und ich nehme alles mit, um es zu waschen und zu reinigen und die Schuhe zu püssen. Vielen herzlichen Dank an das Theater Niedersachsen für diese tolle Aufführung, die den zahlreichen Zuschauern große Freude bereitet hat. Weitere Aufführungen können Sie am 19.06. in Osterode auf dem Kornmarkt, am 20.06. in Bad Lauterberg, Ritscherstraße am Eingang zum Kurpark, am 26.06. in Nordheim auf dem Münsterplatz, am 27.06. in Einbeck auf dem Marktplatz vor dem Till-Eulenspiegelbrunnen, am 28.06. in Holzminden auf dem Marktplatz und am 29.06. in Hildesheim besuchen. Applaus Applaus Applaus